Oh ja, ich bin wieder da. Jetzt alles ganz neu. Mit neuem Studio und mit einem Sponsor im Rücken, der es mir möglich macht, richtig schöne, gute Videos für euch zu machen. Ich habe ein bisschen aufgestockt, was das außenrum angeht, auch wenn es noch nicht 100% cool ist. Aber wir können endlich richtige, geile Videos machen. Und zwar auch draußen auf der Range. Ich bin in den USA und ich bin hier bei Vienna Arsenal. Und auch wenn ich nicht alle Links von denen hier unten reintun kann, weil leider YouTube das nicht erlaubt, weil die Jungs auch Waffen verkaufen. Vienna Arsenal macht Training und verkauft Waffen. Und ihr findet sie auf Instagram unter Vienna Arsenal und IG. Mit den Jungs werden wir jetzt hier rausgehen und werden regelmäßig Videos machen. Ich werde hier regelmäßig filmen für euch. Und wir werden, wie gesagt, was ganz, ganz Neues auf diesen Channel bringen. Ich weiß nicht, das hatte ich ein bisschen angeteasert vielleicht mal. Wir machen ein komplett neues Konzept. Was es sein wird, werdet ihr sehen. Ihr könnt damit rechnen, dass jede Woche ein neues Video kommt. Heutiges Shoutout geht raus an unsere Sponsoren Vienna Arsenal und Bravo Zero Six, dass ich hier sein kann und das filmen kann. Und für die Ausstattung TagMerch.com. Bei TagMerch klickt ihr Shirts wie dieses oder dieses Shirt. Schaut rein, es gibt auch taktische Motiven für Frauen, nicht nur für Männer. Ich freue mich, wenn ihr alle dabei bleibt und uns weiterhelfen unterstützt. Ich muss nochmal sagen, super großes Dankeschön an alle neuen Abonnenten. Denn alle, die jetzt dazugekommen sind, in den letzten Monaten haben leider keine neuen Videos gesehen. Aber das wird sich jetzt ändern. Wenn ihr neu hier seid, ich habe auch ein Video in Englisch gebraucht. Schaut es euch an. Jetzt geht es wieder richtig los. Bis dann. Musik feed Musik 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 Ah, das ist so scary. Nice. Das ist so scary.